Herzlich willkommen zu Knowledge Gym. In diesem Kapitel lernen Sie, die Anmeldung durchzuführen, die Datenschutzbestimmungen zu akzeptieren, Ihr Passwort zu ändern und einen Spitznamen festzulegen. In den vergangenen Tagen sollten Sie eine E-Mail von Blue Elephants Learning erhalten haben oder Ihr Unternehmen hat Ihnen Informationen mit den Anmeldeinformationen zugesandt. Bitte merken Sie sich den Benutzernamen, das Passwort und den Buchungskreis. Geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und den Buchungskreis in der App ein. Der Benutzername kommt in das Feld Benutzername, das Passwort in das Feld Passwort, hier ist Groß- und Kleinschreibung wichtig und der Buchungskreis in das Feld Firmencode, hier ist Groß- und Kleinschreibung nicht wichtig. Anschließend klicken Sie auf Anmelden. Nun bekommen Sie die Datenschutzbestimmungen Ihres Unternehmens angezeigt. Bitte akzeptieren Sie diese mit einem Klick auf das Kästchen und anschließend auf das Feld Accept. Nun legen Sie ein neues Passwort fest. Hierzu geben Sie zunächst ein neues Passwort ein und wiederholen dieses noch einmal, um Fehler zu vermeiden. Anschließend klicken Sie auf das Feld Speichern. Als letztes legen Sie einen Spitznamen fest. Hierzu geben Sie bitte einen Spitznamen in das Feld Spitznamen ein. Dieser Spitzname wird verwendet, wenn die Verwendung von Klarnamen von Ihrem Unternehmen unterbunden wurde. Anschließend klicken Sie auf Speichern. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich die Anmeldung durchgeführt, die Datenschutzbestimmungen akzeptiert, Ihr Passwort geändert und einen Spitznamen festgelegt. Herzlichen Glückwunsch! Untertitelung des ZDF, 2020